So jetzt möchte ich wie versprochen noch mein Video für den Markus machen. Ein bisschen was über meine Schwalbe erzählen. Also es ist eine KR51-2L. Beides geht im Original. Originallack. Alles mögliche an Originalteilen noch beibehalten. Motor ist natürlich eine Besonderheit. Ja, der Motor ist ein 70er Sport von Markus Selmer. Die Internetseite blende ich noch mal mit ein bzw. ich stelle es mit in die Videobeschreibung. Ganz normaler 16er Vergaser mit ein bisschen anderen Düsensatz. 80er Hauptdüse habe ich drin. Besonderheit ist, der Auspuff ist ein AOR2 von Langtuning und zwar in der Edelstahl-Variante mit Kalottenset. Würde ich jedem empfehlen, der einen Neuaufbau macht oder einfach Wert auf Qualität legt. Also das passt hier alles sehr sehr, sehr genau. Der Auspuff bringt richtig gute Leistung. Also bringt bei Weitem mehr Leistung als ein normaler AOR2 auf alle Fälle, weil der einfach viel passgenauer ist durch die Edelstahl-Konstruktion und einfach viel sauberer verarbeitet wird. Wenn wir jetzt hier zum Beispiel hier hinten ist, das Endstück ist hier, das ist zum Beispiel verschweißt hier. Das sieht man aus in die Schweißnaht. Und einfach alles viel passgenauer. Ich hatte den schon mal auf, habe ihn sauber gemacht. Sieht super aus. Die Schellen hier sind gefräst außen. Alles sehr, sehr gute Qualität. Und ja, der Motor hat jetzt ungefähr 14.000 Kilometer runter. Macht keine Mucken, keine Anzeigen von Schwäche. Ist der S70 primär drin mit 16er Rüssel vorne. Hinten ist alles ganz normal. Und ja, läuft also locker 85 bis 90. So, kommt ein bisschen. Ja. Ja. Ich habe den Gang einfach warm. Ja. Ich halte das. Dann bin ich einfach viel. Ja, hier gibt es dazu nichts zu sagen, wenn ihr einen ordentlichen Motor wollt, kaufen bei Markus. Kann ich nur empfehlen. Ich habe für meinen Star auch einen Motor, einen S63 machen lassen, tip top. Und nichts leckt, kein Brachtenöl. Geht hier verloren und Motor läuft super ruhig. Kann ich also nur weiter empfehlen. Dann noch ein kleines Special an der Schraube ist die Vorderradbremse. Die habe ich umgebaut auf außen in dem Bremshebel hier. Einfach aus Sicherheitsgründen. Da habe ich jetzt noch so eine Verstellmutter mit rein. Wie sie hier oben am Lenker ist. Also die gleiche hier habe ich hier unten eingebaut. Das zieht also deutlich besser. So wie bei der S51 ungefähr. Kann ich auch nur jedem empfehlen. Ganz einfach. Nimm dir einfach eine kaufzeichne Bremsankerplatte und bohrt dann hier rein mit einem Fünferbohrer. Durchbohren, M6 Gewinde durchschneiden und dann hier einfach den Schlitz mit der Säge, eine ganz normale Metallsäge aufsägen. Dann ein bisschen ausfallen, dass der Bautenzug hier durchgeht. Und den außenliegenden Bremshebel ran machen. Bremsknocken von der S51. Fertig. Ja das war es. Ansonsten wünsche ich euch noch einen schönen sonnigen Muttertag und vielen Dank nochmal an den Markus Selmer für die tolle Arbeit. Ich bin sehr begeistert vom Motor und ja, weiter so. Ich bin sehr begeistert vom Motor. Okay. Ja das war es.